Ja, das ist Musik. Radio Vorarlberg. Radio Vorarlberg. URF Radio Vorarlberg. Die Nachrichten. Es ist 5 Uhr. Gestern war schon mal ein Vorgeschmack, oder? Heute wird es so richtig warm. Heute knacken wir die 20 Grad. Am wärmsten wird es im Rheintal und im Wallgau mit 22 Grad. Heute im hinteren Bregenzwald und am Arlberg gibt es bis zu 15 und dazu viel Sonne, aber nicht ganz ungetrümmt. Es wird vor allem am Nachmittag diesiger und dazu kommt vielleicht wieder Sahara-Staub. Aber die föhnige Frühlingswärme bleibt und zwar bis mindestens zum Donnerstag. Dann könntest du sogar wieder mal gewittern. Sicher unterwegs der Radio Vorarlberg Verkehrsservice. Ich kriege jetzt gerade rein, ganz aktuell. Für Bahnfahrer in Vorarlberg ist die Weststrecke zwischen Bregenz und Lochau-Hörbrands unterbrochen wegen einem Rettungseinsatz. Da fahren ersatzweise Busse. Das ist jetzt gerade wirklich in dem Moment reingekommen. So gut klingt Aufstehen nur bei uns. Reinhard Witwer und Dominik Dabré in Guten Morgen Vorarlberg. Guten Morgen. Guten Morgen Vorarlberg. Es ist 12 Uhr. Sie hören die Glocken der katholischen Pfarrkirche von Breitenbrunn im Burgenland. Musik Die Glocken der Katholischen Pfarrkirche von Breitenbrunn im Burgenland. Radio Vorarlberg Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter. Die Förderungen für erneuerbare Energieprodukte beschäftigen uns heute. Herzlich Willkommen. Planen Sie den Ausstieg aus Öl- und Gaswert, die Hörerinnen und Hörer? Oder haben Sie ihn schon vollzogen? Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen. 055 72 38 30 Radio.vorarlberg.at Radio.vorarlberg.at Oder im Facebook unter ORF Vorarlberg. Radio Vorarlberg. Radio Vorarlberg. Radio Vorarlberg. Wir haben für Sie eine Schatzkiste hier, die ist noch geschlossen. Heute Vormittag hat man schon versucht, bei Heinrich Sohm diese Kiste zu öffnen. Das war die Olga. Sie hat drei Zahlkombinationen eingegeben und wir suchen noch die richtige. Wie es genau geht, das sagen wir Ihnen in aller Ruhe nach den nächsten zwei Hits. Und die kommen jetzt von Freddie Mercury, Living on my own und das hier ist Grazebo aus den 80ern. I like Chopin. Habe ich gesagt, es geht um 200 Euro? Dann sag das bitte. 200 Euro sind in diesem Schatz drinnen. Es geht um 200 Euro. Gleich. Radio Vorarlberg Das ist Musik, Musik, Musik Radio Vorarlberg Radio Vorarlberg Kultur im Ländle Groove Mit Dietmar Hartmann Das ist Musik, das ist Musik Radio Vorarlberg Das ist Musik, das ist Musik Radio Vorarlberg Radio Vorarlberg Von früh bis spät Mein Sender Radio Vorarlberg Musiknacht Eine gute Nacht Radio Vorarlberg Das ist Musik, das ist Musik Radio Vorarlberg Das ist Musik Radio Vorarlberg Das ist Musik, das ist Musik Radio Vorarlberg Radio Vorarlberg Das war's für heute.